Ist Meditation gefährlich? Gibt es Gefahren bei der Meditation? Warum muss man vorsichtig sein beim Meditieren? Das sind Fragen, die mir gestellt wurden. Mein Name ist Sukadeh von www.yoga-vidya.de Im Grunde kann man die Frage einfach beantworten. Ist Meditation gefährlich? Nein, Meditation ist nicht gefährlich. Meditieren ist gesund, gesund für den Körper und die Psyche. Und es gibt vermutlich kaum eine Tätigkeit, die so wenig Gefahren hat wie Meditation. Ich weiß, es gab in den 1950er, 60er und 70er Jahren eine Reihe von Aussagen, dass man Meditation nur üben kann unter Anleitung eines Meisters. Es könnte so vieles geschehen, da sollte man vorsichtig sein. Es gibt inzwischen eine Menge von empirischen Studien, die zeigen Gefahren beim Meditieren, sind praktisch nicht vorhanden. Insbesondere, wer nicht zu viel meditiert, also ein- oder zweimal bis 20 oder 30 Minuten am Tag meditiert, der wird nur positive Wirkungen haben. Es gibt kaum eine menschliche Tätigkeit, die so wenig gefährlich ist, wie Meditieren. Spazieren gehen ist gefährlich, du kannst stürzen, den Fuß verknacksen. Im Bett schlafen ist gefährlich, du kannst dir einen Zug im Nacken holen, steifen Nacken kriegen, Hexenschuss. Arbeit ist gefährlich, du kannst eine psychische Krise bekommen. Eine Beziehung einzugehen ist gefährlich, kann Beziehungsprobleme geben. Meditieren dagegen ist nicht gefährlich. Es gibt keine Gefahren bei der Meditation. Meditieren hilft, gesünder zu sein. Meditieren hilft, die Selbstheilkräfte des Körpers zu stärken. Meditieren hilft, dass du mehr zu dir selbst kommst, Zugang findest zu deiner inneren Intelligenz, deiner Intuition, dich letztlich öffnest für eine höhere Wirklichkeit. Deine Selbstheilkräfte werden stärker, deine Empathiekräfte werden stärker. Du kannst dich besser in andere hineinversetzen, du kannst mehr spüren, was andere fühlen und gleichzeitig kannst du aber auch dich noch tiefer zentrieren, dass du nicht so abhängig bist von anderen. In diesem Sinne, über Meditation. Es gibt keine Studie, die nahen legen würden, dass Meditation bei irgendetwas gefährlich ist. Meditation ist sicher, hilfreich und gut. Mehr Informationen über Meditationen, wie du meditieren lernen kannst, auf yoga-vidya.de-meditation.